hey leute und willkommen zum versprochenen payday 2 let's play ich bin nicht alleine ich habe die kathie den freaky und den vorka dabei vorab möchten wir uns erst mal bedanken denn wir haben das vierer pack bekommen von unserem lieben sponsor planetinie also dankeschön also dankeschön und groß an euch hoffentlich gefällt es euch was viele dank steffi ja in der tat vielen dank an euch ihr habt euch schon mal kurz hier reingeschaut ich weiß gar nicht ist das die erste mission leute machen wir jetzt wir machen irgendeine mission also wir haben keine ahnung was mit der mission ist sehr kurios war kriegt eine weltkarte und eine stadtkarte offen dort kloppen ganz viele missionen auf die nach der zeit wieder weg ploppen und man muss ganz schnell eine auswählen und ich habe irgendeine genommen ich habe so das gefühl dass es egal welche mission man zuerst spielt diesen ungefähr alle gleich bock schwer also ja das schön okay wollen wir anfangen oder damit mission einkaufszentrum crasher das tutorial haben wir übersprungen außer bruder hat das glaube ich gezeigt oder ne ich habe nur die das lager gezeigt das ist ja quasi tutorial da wird ja alles gezeigt ja gut ich bin host ich starte mal den überfall jetzt hier ist dort hochst ich bin gespannt ja ich bin riesengroß ich muss mich erstmal wieder an die steuerung gewöhnen denn c ist hier nicht ducken sondern waffen wechseln übrigens okay mit steuerung knüpft man sich was ich ziemlich doof finde weil irgendwann der kleine finger so weh so kotz drum crasher ja ihr habt recht gehört blatt meint es ernst wir gehen ins einkaufszentrum und zerstören dort so viel wie möglich warum auch immer wenn ihr genug zerstört wird sein kunden seine meinung zum thema schutzgeld ändern ja das gefällt doch ja das gefällt dem poker alles kurz und klein machen ja guck mal wir können sogar vorteile freischalten so eine art tasche und benzinkanister und so ist ja geil okay also ich muss mich da erstmal noch ein bisschen reinbringen das ganze hier das wird alles ein bisschen in welcher klassen spielt ihr eigentlich ich spiele ich bin ja das auch also ich habe ich habe so einen koffer und habe keinen koffer das ist eine art tasche genau das ist von dem mastermind glaube ich der hat die auf jeden fall dabei ich bin hast du dir schon eine klasse ausgewählt oder machen wir gleich doch ich habe auf jeden fall den bärsäcke genommen ich habe glaube ich eine munitions tasche dabei ich klicke aufbereit ich klicke einfach alle aufbereit ich bin der chance ich habe das gefühl ich muss alles ein bisschen leiser machen denn ich höre ich jetzt schon ganz schlecht auch meist ist alles okay so wir müssen jetzt rein und dürfen einfach alles ganz kurz bitte schlagt alles kurz und klein oder das ist eine tolle aufgabe ja darf ich nicht machen wie kann ich denn was hauen die frage ist gerade ich denke wollen wir uns alle müssen erst die masken aufsetzen ja ich würde das doch nicht machen wollen wir uns erst mal umgucken oder wollen wir uns ein bisschen aufzeilen das zwei da zwei da oder so sicherheitsleute ne ja ich weiß deswegen hat mich entdeckt alles klar los geht's leute aber wir dürfen die doch nicht töten oder zivilen sollen wir irgendwie nicht töten nein die können wir gefangen nehmen polizei entdeckt einen verbrecher aber finde ich gut kann ich das ja auch hier sind was mit g drehrad dran ja ich bin verwirrt ich bin verwirrt wer schießt denn da vorka schießt der erst meine gegend hoch ich mach hier die sachen kaputt wie kann man denn schlagen mit e mit e ah cool ich mache die die einkaufspassagen kaputt ich mach auch alles kaputt wo komm poka wir rauben den schmuckladen aus ich weiß gar nicht wo ich lang soll wo ist eigentlich woanders erzählen ah nee da ist er doch ich erkenne dich bei der moske gar nicht ich dachte schmuckladen hä ich weiß ich doch nicht was das hier sein soll was macht man denn mit die äh mit diesen rädchen da ich habe keine ahnung sie kann mal schlösser knacken das ist ja 5.000 dollar wofür auch immer ich hab noch gar nichts kaputt gemacht oder dass die polizei vorka lauf lauf vorka komm hoch und hier oben gibt's schmuck bei mir ja kommen kann nur eins wir kommen zu mir kann ich hier irgendwie bist du guckt auf die namen sind eingeblendet durch die wände hier gibt's schmuck oder schmuck da ist ja eine coole schweiß der uhr hey er hat mir meinen schmuck geklaut was ist das denn für eine crazy mission man ja ich gehe gerade durch irgendwelche versuche kaputt zu machen da war ich kaputt das auto das ist ja wir schon hätte es passiert aber dass auch vorsicht bruder du wirst von jemanden attackiert ihr seid bei 20.000 wir sind gut ok hier kann man die anzeige gewöhnen die sieht anders aus kann man das nicht aufsprengen anders aber warte ich 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 knacke hier in das schloss ich weiß nicht wo wir reinkommen gibt mir deckung links rechts oder so auch so eine tasche wie ihr aber du bist nicht cool genug ich kann dir seine hinwerfen wenn du magst brugger braucht dringend eine so ich habe das auto ein bisschen demoliert wach ich habe die tür geknackt wie das ist leer warum knack ich die tür wenn es hier leer ist übrigens die hälfte ist geschafft wir müssen noch mehr kaputt machen wir brauchen 50.000 dollar sachschaden ok ich mach weinflaschen kaputt das würde funktionieren macht ihr sie denn mit waffen hier sind hotpants los jungs krallt euch die hotpants das ist bestimmt ganz teure weinflaschen ich gehe mal ich gehe mal runter will sich jemand die haare schneiden lassen ja bitte ich brauche einen neuen schnitt bringt es mal so ein scheiden hier kaputt hauen oder ist das totaler quatsch ich glaube ich schlage alles kurz und klein das heißt ich will scheiden hauen ja das ist doch gar nicht da und ich bin auch noch nicht da und ich bin auch noch nicht da und quasi dass du kriegst dann der snipe hat achtet ihr nicht die laserpointer doch doch ich habe den snipe cool da sind noch mehr da sind drei wir haben noch einen du bist verletzt geh in deckung ok kann man sich auch selbst dieses medikit geben ok mag mich jemand heilen ich glaube muss man diese medizintasche irgendwo ausstellen oder wie ist das bei payday 2 ja ich weiß es nicht kann man das nehmen ich kann ja ich weiß auch nicht oh mein gott ich gehe über die tiefgarage runter weil hier kommt die ganze polizistin hoch oh mein gott man kann da nicht runter man kann da nicht runter aufs platzmanns vor ort die musik wo wohl action geladen hier man ins klo wie kann man denn türen öffnen mit e hier ist nichts hier ist nichts sarkasse ich war weg rein hier weiß ich verstehe immer noch nicht wie man diese bankautomaten ach du scheiße macht die bankautomaten kaputt das bringt anscheinend auch irgendwas ja aber wie auch schießen das bringt auch gar nichts das bringt auch gar nicht so dass ich jetzt bis jetzt immer per hand kaputt gemacht wo auch keine munition mehr schien versuchte oben ein sniper ich habe nur noch meine pistole gerade habe ich habe nur noch das maschinengewehr du bist verletzt geh in deckung schon wieder ich weiß nicht wie man das benutzt war das mal ich habe ich gucke mal ganz kurz im optionsmenö zieh da auf eine gültige oberfläche ich gucke auch gerade wo ich das womit ich das werfen kann ich habe herausgefunden was was es gibt kein klo hier nein das gibt es nicht sowieso nicht alter jetzt stirbt doch mal danke ok 10.000 fehlen noch oder was ja ich bin gerade im fitnessstudio alles am rausrasten hier ist auch noch was so die musik der hammer die falsche taste ich will mich nicht drucken aber er macht ich sehe teilweise nicht was schon kaputt ist und was nicht glas scheiben kaputt schießen wollen wir nicht auf die idee gekommen einfach die ganze paar scheiben hier im gang kaputt machen oh gott fast geschafft wir haben es gleich oh oh foker schon wieder außer gefecht oh gott ich glaube ich bin auch außer gefecht ich bin auch gleich außer gefecht wenn das so weiter geht du stehst da so lustig dir wird aufgeholfen dankeschön nein 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 ich bin gleich tot ich bin gefangen in 90 Minuten können wir uns mal helfen bitte wir sind oben ich kann da jetzt nicht so einfach hoch ich bin hinter der treppe ich muss sich das mal vorkämpfen und hier stehen so viele polizisten das ist unglaublich vorka befindet sich in oh nein ich werde in vier sekunden gefangen genommen das ist nicht so gut die idee oh mein gott ich bin gefangen genommen in einer minute werden wir wieder freigelassen das ist ja ein total wirres anfangs ding so nun was habe ich jetzt habe ich eine tasche aufgehoben was mache ich jetzt mit der du bist der einzige der noch lebt die anderen kommen erst in einer minute außerhalb du musst eine minute aushalten eine minute und 30 sekunden ja vor dir kommt einer freaky vor dir vor dir vor dir ja nicht vor dir aber es fängt schon mal super an finde ich ja wir sind richtig gut an dem was wir machen wir wissen nämlich was wir tun müssen wir haben nicht mal die ahnung das ding ist halt ich habe einfach mal nur wenige schuss und ich habe keine ahnung ob ich das übernehme wechsel die waffe oder hast du schon da ist vor dir munition vor dir munition vor dir ist munition freaky die ganzen kleinen kistchen da dann drüber einfach drüber rennen bei dem typ den du grad anschießt da ist nix doch das ist munition ich habe nur noch einen schuss noch 40 sekunden oh god ich habe noch eine minute noch 53 sekunden ich habe mich verpasst hier auf dem klo geh aufs frauenklo das sind männer die dürfen deine freundes ja geh aufs frauenklo ich bin hier in den lagerraum reingegangen keine ahnung ob die jetzt hierher kommen ja die kommen sonst bocht sie tot da kommen gerade 50 stück freaky alle zu dir ach hast du dich wir wissen dass du da bist komm woher wie lang noch wie lang noch 30 30 30 17 18 ich habe keine munition du musst uns jetzt hier rocken gleich da kommt focus gleich wieder tot polizeivorstoß im gang oh mein gott ja da ist er komm oh god oh god ja sehr gut nooo sniper team kommt auf flucht ist möglich wir können raus wir können raus dann rennen du bist bei direkt bei freaky ich spawne auch in 3 sekunden warte 2 1 warten wir auf ruga Fokka Fokka da kommen ganz viele bin da 3 2 1 und ich habe keine munition 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 5 1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 Lass erstmal die Leute wieder beleben wir müssen alle rein komm 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 rein 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 schnell komm rein 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 schnell nein 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 scheiße Fokka warst du langsam ich bin schon lange drin hallo ja ich lege jetzt nochmal hier auf dem Boden rum und das ist sehr spannend ja Leute da geht es nicht weiter doch wir mussten alle vier in diesen Kasten gleichzeitig rein ich bin ja direkt neben der Freak ich habe keine Ahnung wer als letztes reinkommen wollte aber derjenige das war war ein Ticken zu langsam genau in dem Augenblick bin ich gestorben so ich bin in der Haft das ist ich bin auch in der Haft ja ich auch du die hältst es aus boah ich bin geblendet wir müssten einfach nur alle in diesen Bereich in die Mitte reingehen glaube ich das steht da drinnen dass wir da alle hin sollen also ich war drin ich war bestimmt nicht drin von daher ich war bestimmt nicht drin von daher ich gehe am besten nicht so weit weg oh das war's Erfolg sorry ich bin reingegangen ich habe mich nicht mehr getraut weiter aber jetzt hast du wahrscheinlich ganz Kohle gekriegt oder so weinz 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 ich habe keine Chief Monkey gekriegt oh fuck ey alter ja Level 2 ja Leute ich würde sagen das passt doch wunderbar dass wir jetzt einen Cut machen oder ja Cuts machen ja siehst du muss man gar nicht hier cutten wir können einfach schnell sterben wir können auch eine Karte ziehen wir können auch eine Karte ziehen okay tja okay das bedeutet eigentlich Geld oh mein Gott keine Ahnung oh ich krieg ne Maske du arsch Baby na schon juhu ich bekomme 12.000 wuhu ich will auch ne Maske man aber jetzt nach jedem Haste immer quasi noch ein kleines Glücksspiel oder was weiß ja die geht mir direkt gut rein du so fett so also wir haben festgestellt wir müssen noch ein bisschen üben das haben wir jetzt die Mission geschafft ich möchte mir nur ganz kurz die Skillbäume zeigen Leute es gibt vier Stück Mastermind, Vollstrecker, Techniker und Geist ich glaube darüber werden wir uns unterhalten wenn es mal soweit ist richtig wenn wir wissen was was ist ne richtig ja ich habe übrigens die Vollstrecker genommen man muss sich erstmal eine Klasse quasi ausführen dann kann man sich eine Klasse ausführen wie bei Borderlands quasi ein bisschen genau äh gut das war's dann okay bis zur nächsten Folge Tschüss.